so leute wir sind das letzte mal hier ja stehen geblieben und ich muss aber wirklich zugeben dass ich nicht mit dem haus zufrieden bin das ist mir etwas zu tief die decke zumindest das heißt ich werde jetzt noch mal hochgehen und das ganze hier abreißen moment mal ob es mit der holzachs wohl besser geht schauen wir mal also alle blöcke wieder weg weil ich bin echt nicht zufrieden vielleicht wird sogar mehrstöckig mal gucken ich bin am überlegen so jetzt die ganzen los wird dunkel nein das passt ja gerade dann kommen wieder spinnen die mich angreifen noch nö auf die habe ich echt keine lust aber vielleicht schaffe ich das ja irgendwie was war das ach ja mein fenster so da noch ist es nicht nacht aber es wird dunkel noch einmal da hoch um die ganzen bretter wieder aufzunehmen und ich versuche mich zu bemühen dass ich das relativ zügig hinkrieg aber ich kann nichts versprechen von daher einfach mal überraschen lassen oh ja jetzt ist aber richtig dunkel fast ohne in die sonne wo bist du nur und ich habe eine kuh auf dem haus das geht so nicht kuh so weg da und weg da wieder hingeflogen okay das heißt der muss weg der muss weg der muss weg ne halt die können ja bleiben eigentlich es geht ja die müssen weg das symbolisiert ja die decke die müssen definitiv weg also ich baue mir hier jetzt erstmal weg durch das ist meine meine axt kaputt und jetzt dauert schon ein bisschen länger ich gucke mal ob ich eine upsala hier liegen noch ein paar ein paar gecraftet kriege halt werkzeug genau axt ich mache auch mal das hier naja genau und dann gibt es eine trophäe bestens ausgerüstet das heißt ich habe und zeit für ackerbau genau weil ich jetzt alle werkzeuge im sinne von ja spitzhacke schaufel axt und hacke hergestellt habe so aber ich will jetzt mit der axt weiter machen das geht ja auch von hier unten wunderbar ist mir echt viel zu tief die decke da kann man sich ja kann man gar nicht springen eigentlich ich hoffe nur es kommt echt keine spinne und da kann creep hier rein weil dann sehe ich echt alt aus so immer diese feine arbeit hier die man sich selber macht da habe ich es aufgesammelt jetzt bestimmt und ich hoffe dass wenn ich hier fertig bin es wieder langsam morgen wird damit ich keine angst mehr haben muss vor diesen viechern hier auf mich lauern ok ok na das dauert noch was macht man nicht alles für ein schönes zu hause erstmal aus holz und dann werde ich auf stein überspringen sieht einfach besser aus aber immer noch besser als gefallene bäume als material zu verwenden das hängt hier in der luft ok also ja der fliegt runter gottes dauert so lange aber es muss sein danach baue ich noch schicke treppen rein dann wird es ein mehrstöckiges das ja doch das ist auch ok weg da weg da alles weg randale was mache ich denn so wie viel sind es noch ein paar aber ich habe es gleich geschafft leute und dann wird mein häuschen aufgehübscht ich meine holzhäuser sind ja auch schick an sich aber mir ist eins aus stein deutlich lieber diese musik so wo liegt hier was da da sind mehrere so jetzt noch hier und wie viel blöcke tue ich denn erhöhen langt um noch einen weiteren block gute frage nächste frage wo nein doch das passt mein ding ist kaputt gegangen das war das problem also weiter geht's so jetzt ist die decke weg ich sammle noch schnell hier alle blöcke ein sie irgendwas unterwegs ich habe angst ich habe es ist nur ein wolf mit denen habe ich mich schon in der letzten folge gefetzt so also gut wo sind sie 64 stück platzieren 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 ich habe so schiss echt irgendwann passiert mir bestimmt dass ich irgendwann sterben werde oder mich irgendwo verlaufe aber ich hoffe dass es noch nicht so früh passiert wobei lieber zu früh als wenn man irgendwie richtig weit fortgeschritten ist im spiel und dann kommen da irgendwelche dinge einem oder man verirrt sich in irgendeiner höhle oh nein was war das irgendwas hat mich oh mein gott habe ich irgendwas wieder erscheinen auch nein leute ich bin ich bin gestorben und wo ist wo ist mein schönes haus nein ich habe gebraucht moment 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 wenn hier meine box liegt dann hast du das heißt dass ich irgendwo hier in der nähe mein haus auch habe weil diese box hier habe ich ja vorhin gesucht oh nein da ist wieder so ein ding mit bogen oh gott wo ist mein schönes haus und wie kann da sind wölfe mein haus muss hier ganz in der nähe sein ich gehe mal einen hohen punkt und guck oh nein oh nein ich bin gestorben um gottes willen ein creeper oh nein okay jetzt erstmal hier wo ist nur mein haus und eine spinne jetzt habe ich natürlich alle meine sachen verloren aber ich hoffe ich finde mein häuschen wenigstens irgendwo muss es doch hier in der nähe sein also hoch 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 die weitsicht müsste eigentlich reichen um es zu erkennen aber auch nein jetzt habe ich mir so oh gott oh nein die sind so aggressiv die dinge die sind mir fast schon zu aggressiv jetzt hört mal auf mich anzugreifen man ich bin noch neu im spiel wer rennten wir dahinter her du missratenes stück spinne stirb komm ich krieg dich ich krieg dich wie lange lebt denn das ding ich bin oh gott es ist tot und ihr seht meine erfahrungsstufe wird wieder zurückgesetzt aber da kommt doch langsam die sonne oder es wird doch hell ja aber wo ist mein haus da nein nein aber ich habe mein haus gefunden ich habe es gesehen es war dahinten und da ich ja noch in einem guten ernährungszustand bin heile ich mich auch wieder oh nein oh man wie renne ich denn toll der nächste tot da bin ich fast schon sicher komm es ist doch ja meine ganze ausrüstung es ist alles da stirb jetzt stirbste aber du kriegst mich nicht jawohl ich habe mein haus gefunden aber das macht mich gerade so glücklich ist der creep weg oh nein er ist da ach du heiliges kanonenrohr gehen die jetzt stirb halt man es ist helllichter tag irgendwann müsstest du doch auch verbrennen was soll ich nur machen ihr müsst verbrennen kommt schon das gibt es doch nicht ich bin einfach mal dahin damit die mich nicht mehr jagen aber die jagen mich noch diese schweine kommt schon verbrennt ja da hängt im wasser fest guck euch das an stirb mal los stirb nein der ist rausgekommen ey wieso passiert mir sowas eigentlich immer nein geh auf die zu und jetzt kommen die glaube ich nicht mehr rein ich mache jetzt hier erst mal wieder das finde ich gut dass ich wieder hier gestartet bin also kriegen sie mich nicht halt sind sie jetzt die gott geh zu hä wieso rennt denn der da noch rum da ist aber einer explodiert also das war hier glaube ich das fenster woher lecker demolieren die mir hier an das sollte ja zweimal sein das heißt da runter habe ich irgendwo erde noch inventar erde gegen die werkbank tauschen und nein nicht holz ich will es mit erde zu machen zick 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 und irgendwann denke ich müsste da wieder gras drüber wachsen boah da hat ja hier echt ein echtes loch reingerissen also machen wir es wieder zu und wo bin ich wieder gelandet bestimmt wieder in der nähe ich hoffe es ist noch ehrlich der tag ich müsste da eigentlich wieder hin finden nochmal an so einen hohen punkt und ich sehe mein haus jawohl finde ich gut dass man hier was ist das ist es ein schaf wenn es geschoren wird lässt es wolle fallen wenn es nicht schon geschoren war kann gefärbt werden ja ok also ich habe mein haus wieder gefunden halt wo war es da hinten also ich habe hier schon mal schafe das heißt ich brauche nur noch eine schere zum wolle bekommen und also zweimal in dieser folge verreckt ganz toll aber warum sind die dinger nicht einfach gestorben verstehe ich nicht boah dieses loch heiliger komm ich kriege wieder alles aufgesammelt ja kies ja da soll kies rein oh man ey bin ich in der folge nur damit beschäftigt mein zeug wieder aufzusammeln und wieder aufzubauen boah ey das ist aber echt ein derbes loch so dann machen wir den boden wieder zu damit ich halt mein häuschen wieder zusammen kriege also hier haben wir kies halt so 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 und was sagt mein inventar ich habe keine erde mehr irgendwo müsste die doch sein mann mein armes haus ey ja dann gehe ich einfach hier auf erd suche und den wolf lasse ich in ruhe in der mitte ich finde es echt mies ey mann wie die mich einfach neben mir explodieren so und zick zick halt zu 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 und bis ich damit fertig bin kann ich gleich wieder damit anfangen ähm mein haus aufzubauen ja hier kann ich mir dann schön fluss hin machen wird alles mit der zeit nach und nach dazukommen so ich denke mal naja ich nehme noch ein bisschen was mit damit ich das hier zu krieg zu naja es langt noch immer nicht kann aus stein mit einer spitze abgebaut werden kann zum bau von öfen oder steinwerkzeugen verwendet werden aha also ich brauche deutlich mehr erde das heißt einfach hier warte mal ich hab doch ich hab doch ne schaufel oder hab ich ne schaufel ne ist doch alles kaputt gegangen och nö also erde 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 was ich alles brauche alles brauche ich nicht erstmal zumindest so aber echt cool dass man relativ in der nähe vom haus landet das heißt ich hab's eigentlich relativ schnell wieder gefunden so aber jetzt müsste langen zuck 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 zu 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 ja es langt genau guckt euch das an jawoll so und jetzt fang ich wieder mit dem haus landet so und jetzt fang ich wieder damit an na da waren sie doch um mein häuschen zuck wieder herzurichten denn diese miesen dinge haben es echt gewagt mein schickes heim hier in die luft zu jagen ach nö schon wieder falsch platziert so zu 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 lassen wir es mal so ich glaube so war es auch müsste zumindest so gewesen sein ich könnte ja mehrere fenster theoretisch dann rein machen aber jetzt muss ich erstmal nochmal sonst komme ich da gar nicht hoch aber ich habe eine idee ok oh jetzt regnet's boah das hat aber arg schnell angefangen zu regnen ja immer einen nach dem anderen hier der pixelregen ja so ein holzhaus ist halt nicht standfest was explosionen betrifft aber das macht nix hauptsache ich kriege das haus irgendwann mal nach meinen vorstellungen irgendwie hingerichtet na der wolf ist wieder zu besuch ich müsste nachher mal gucken was es für trophäen gibt und was man alles machen muss um die zu bekommen so zu zu das ist oh Mist soweit in ordnung aber ich habe zu wenig viel zu wenig viel zu wenig viel zu wenig bretter aber die höhe hier ist mir schon deutlich lieber ah hier habe ich noch welche platzieren 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 nein nicht hier hin verdammt oh halleluja zack 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 okay naja die tür hat es überlebt aber irgendwie ich hätte es noch um eins länger machen müssen das haus habe ich so das Gefühl naja wurscht ich lasse das jetzt erstmal so und gehe auf ich lasse es offen muss eh wieder rein auf holz suche so eine axt habe ich noch und ab geht's holzfäller so mal gucken ob es auch schneiden wird oder ob es dazu also ob es hier dynamische jahreszeitenwechsel gibt das weiß ich gar nicht oder ob das einfach nur in einem bestimmten gebiet schneid weg mit diesem ganzen laub hier die gesicht versperrt und auch so also hier haben wir noch ein paar bäume in einem schönen wald hier neben dran das gefällt mir sehr gut da ist holz unten aber da gehe ich nicht rein am ende komme ich dann nicht mehr raus und das wäre nicht so schön also die axt verabschiedet sich auch gleich noch ein paar dinge und dann müsste die energie aufgebraucht sein dann geht die kaputt ja aber es müsste noch reichen für ein paar nein was um himmels willen wie komme ich hier wieder raus oh mein gott ich höre eine spinne und das ist alles andere als gut oh gott wo ist mein haus wo ist es gott man aber mein orientierungssinn lässt nach ok jetzt erstmal genau was das ist viel oh nein zwei stück ich sehe schon meinen nächsten tod aber die chancen stehen gut also tod nummer drei leute ist das geil oder was also gut wieder hoch und da ist es was war das es wird nacht das heißt ich gehe jetzt ins haus und verbringe da ein paar ruhige sch- noch nein hat er mich gesehen was liegt denn hier ist das wolle was ist das oh nein sieht er mich der sieht mich doch bestimmt nicht wenn ich da reingehe das darf doch nicht wahr sein die dinge haben sich einfach eingenistet oh man aber ich lande immer in der nähe das finde ich ja so gut ok ich beende die folge bevor ich noch weitere tode sterbe und wir sehen uns dann bei der nächsten macht's gut